Herzlich Willkommen im Linenfeld in Zur. Mein Name ist Reza Siptona und mache die Ausbildung als Diplomierte Pflegefachfrau an der Höheren Fachschule in Aarau. Ich würde euch gerne meinen Berufsalltag zeigen. Kommen Sie mal mit! Die Sonnenseite meiner Ausbildung ist der Kontakt mit den Menschen, mehr Verantwortung und gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch ich habe meine Lehre im Linenfeld gemacht. Es ist ein mega cooler Betrieb. Sie haben mir sogar die Chancen gegeben, nach meiner Lehre und zwei Jahren Brusserfahrung eine Ausbildung als Diplomierte Pflegefachfrau zu starten. Weil der Patient heute Morgen über den Schwindel geklagt hat, messe ich den Blutzucker, damit ich mir sicher bin, dass er nicht unterzuckert ist. Hier bin ich gerade Medikamente am Kontrollieren, die einen Tag vorher schon gerichtet wurden. Und das mache ich, um sicher zu gehen, dass es auch die richtige Dosierung ist. Falls wir dieses Interesse aufgeweckt haben, bewirb dich heute noch im Linenfeld und wir den Teil in unserem Team. Wir würden uns freuen!